In Meißen brodelt es. Der Grund, die gewaltigen Verkehrsprobleme der Stadt. Davon haben die Meißner Bürger nun genug. Sie sind genervt von der jahrelangen Hinhaltetaktik des Bürgermeisters. Deshalb fordern sie eine Einwohnerversammlung. Vor allem eine Straße erhitzt die Gemüter. Wir haben uns versammelt, weil wir nicht damit einverstanden sind, dass der Plossen neu gebaut werden soll, die Straße. Der Plossen, wie ihn die Meißner nennen, ist dieses stark befahrene Teilstück der Wilstrufer Straße S177. In Stoßzeiten drängen sich hier die LKWs dicht an dicht. Sie fahren von der Autobahn A4 kommend mitten durchs Wohngebiet. Wir haben eine sehr ruhige Zeit erwischt. Sonst könnten wir uns überhaupt nicht unterhalten. Aber das ist normal. Nicht nur vom Dauerlärm und der Luftverschmutzung haben die Anwohner die Nase voll. Besonders gefährlich, diese Haarnadelkurve. Nur mit Mühe kommen hier die großen LKW und Busse unbeschadet aneinander vorbei. Lebensgefährlich, auch für Fußgänger. Der Sog, der von den LKWs ausgeht, macht einen unsicher. Das macht einen einfach unsicher, wenn plötzlich so ein Riesending ankommt. Und wenn man da unten in der Kurve ist, dann weiß man gar nicht, ob die ausholen und sie auf dem Fußweg erwischen. Obwohl parallel die für Schwerlaster gut ausgebaute B101 verläuft, plant die Stadt einen Maximalausbau der Wilsdrufer Straße. Dagegen wehren sich die Anwohner schon lange. Heute ziehen sie zum Rathaus, um endlich gehört zu werden. Sie kämpfen gegen den Maximalausbau, der eine dauerhafte Vollsperrung mit sich bringt. Stattdessen fordern sie eine Teilsanierung und eine Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen. Sprich, Schwerlaster hätten auf dem Plossen nichts mehr verloren. Das Grundproblem ist, dass das ein Durchgangsverkehr ist. Durch die Innenstadt von Meißen. Und der Grundsatz der Bundespolitik, Verkehrspolitik ist, dass man nicht den Hauptverkehr durch die Stadt leitet, sondern um die Stadt. Ich stamm aus Meißen, also ich bin gebürtige Meißner. Aber so schlimm wie es jetzt ist, ist es noch nie gewesen. Nein, der Krach, das Aufkommen der vielen Autos und alles, das ist ganz, ganz schlimm. Auch Umweltaktivisten bekämpfen das Bauvorhaben und die Sperrung der S177 am Plossen. Dafür müssten Umleitungsstrecken ausgebaut werden, wie dieser Asphaltweg. Er führt direkt durch den historischen Park Siebeneichen, ein Landschaftsschutzgebiet. Dort ist vor allem diese Plantane gefährdet. Die ist jetzt mittlerweile über 250 Jahre alt. Geschützte Tiere leben in der drinnen. Wenn der Baum eingehen würde, das wäre ein total großer Verlust für unsere Natur und auch für die Menschen, die hier wohnen. Zwar soll die Platane nicht, wie viele andere Bäume im Schutzgebiet, gefällt werden. Schwere Baumaschinen könnten die Baumwurzeln jedoch so quetschen, dass sie absterben. Und das Problem ist aber, dass bei solchen Planungsverfahren die ganzen Schutzgesetze für Umwelt und Natur den Straßenbaulichen unterliegen. Und deswegen gibt es zwar Naturschutzgesetze oder auch Baumschutzgesetze. Die braucht aber der Lashof sozusagen nie weiter beachten. Das Lashof, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, treibt das Planungsverfahren in der Stadt an. Schließlich ist die S177 eine Staatsstraße. Dass der Meißner Stadtrat sich den Plänen der Landesregierung beugen will, obwohl zahlreiche Meißner Bürger begründet dagegen sind, kann Robert Fiegers nicht verstehen. Deswegen habe ich Unterschriften gesammelt und fast zehn Prozent von denen, die hier drin sind. Und Klingeln putzen ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber wenn man dann mit den Anwohnern dort direkt ins Gespräch kommt, was sie plagt, dass sie sich unverstanden fühlen oder sowas, da merkt man, da stinkt was oder ist die Stadtverwaltung oder der Bürgermeister vielleicht nicht basisnah genug ist. Robert Fiegers und die anderen wollen ihren Oberbürgermeister Olaf Raschke daran erinnern, für wen er in Meißen im Amt ist. Margit, wir gehen rein. 607. 607 Mitstreiter haben für die geforderte Einwohnerversammlung unterschrieben. Eine beträchtliche Zahl für die Größe einer Stadt wie Meißen. Die Sorgen und Ängste der Bürger dieser Stadt dürfen einfach nicht länger ignoriert werden.